Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zur Markov-Kette. Schauen Sie die Aufgabe einmal an. Studenten werden hinsichtlich der erzielten Noten in die vier Kategorien A, B, C und D eingeteilt. Ein Student der Top-Kategorie A hat eine Wahrscheinlichkeit von 18,7% im kommenden Semester in Kategorie B, 3,3% in Kategorie C und 0,9% in Kategorie D zu wechseln. Ein B-Student hat eine Wahrscheinlichkeit von 14,6% in Kategorie A, von 7,6% in Kategorie C und von 4,5% in Kategorie D zu wechseln. Ein C-Student wechselt mit 8,1% nach A, mit 12,2% nach B und mit 15,3% nach D. Und dann ein D-Student wechselt mit 0,4% Wahrscheinlichkeit nach A, mit 4,7% nach B und mit 11,8% nach C. Aufgabe, bestimmen Sie die Anteile der vier Kategorien, die sich langfristig an der Hochschule einstellen werden. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier Übergangswahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich sinnvollerweise auf Markov-Ketten zurückgreifen. Und dafür brauchen wir als erstes die Übergangsmatrix. Das heißt, wir stellen in einer Matrix zusammen, wie der Wechsel von einer Kategorie in eine andere ist. Das ist jetzt immer so eingeordnet, dass die erste Spalte bzw. Zeile für A steht. Wobei es so zu deuten ist, von der jeweiligen Zeile aus in die jeweilige Spalte. Das heißt, der erste Eintrag, die 0,771, ist in A, bleibt in A. Der zweite Eintrag in der ersten Zeile ist in A, wechselt in B. Darum die 18,7%. Die 0,033 ist in A, wechselt in C. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und um jetzt diese langfristige Lösung, mehr oder weniger unser Steady-State, zu bestimmen, gehen wir in einzelnen Schritten vor. Im ersten Schritt bestimmen wir die transponierte Matrix. Das heißt, wir spiegeln die Matrix an der Diagonal. Wir können auch anders das beschreiben, als wir vertauschen Zeilen und Spalten. All das, was vorher eine Zeile war, wird jetzt eine Spalte und alles, was vorher die Spalte war, wird jetzt die Zeile. Dann, nachdem wir die transponierte Matrix haben, stellen wir das Gleichungssystem auf, was wir hierfür lösen müssen. Dafür nehmen wir zunächst die transponierte Matrix und ziehen bei allen Diagonalelementen einen ab. Das Ganze nehmen wir mit A, B, C und D mal, das sind unsere vier Variablen, und setzen das gleich 0. Hätten wir jetzt nur eine einzige Lösung für das Gleichungssystem, wäre die Lösung automatisch 0, 0, 0, 0. Das heißt, dieses Gleichungssystem besitzt mehr als eine Lösung. Dieses Gleichungssystem besitzt unendlich viele Lösungen. Wenn man diese Lösung allgemein hinschreibt, sieht man, dass in Abhängigkeit von einer Variablen sich unendlich viele bestimmen. Das heißt, wir haben eine Lösungsgerade. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen gerade diese Lösung von den unendlich vielen, wo sich alle Werte, also das A, B, C und D, wenn ich die aufsummiere, zu 1 addieren. Weil das ist ja gerade die Idee, ich möchte eine Aufteilung haben. Die kriege ich, wenn ich die Lösung nehme, wo sich alle Anteile zu 1 addieren. Und die sieht in dem Fall dieses Gleichungssystems, was wir jetzt hier nicht explizit lösen werden, wie folgt aus. Das heißt, mit A plus B plus C plus D gleich 1 ergibt sich als Lösung für A 26,29%, für B 30,86%, für C 17,65% und für D 25,41%. Und das sind dann unsere Anteile, die sich langfristig als Steady State einstellen werden. Das heißt nicht, dass sobald ich diese Anteile erreicht habe, überhaupt nichts mehr an Wechseln stattfindet. Aber diese Wechsel werden lediglich dazu führen, dass die gleiche Anzahl eine dieser Gruppen verlässt und sie wieder andere Leute haben, die in genau diese Gruppe in der Höhe, wie sie verlassen wurden, eintreten. Das heißt, dieses Gleichgewicht ist stabil. Und das wäre es dann auch schon für diese Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechende zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.